Ich bin Lena Wischhusen. Ich bin glühende Verehrerin von Adele. Und ich hätte am allerliebsten alle ihre Songs selber geschrieben. Ich bediene mich jetzt einfach an ihren Songs und mache meine eigene Version draus. 360 Grad hat glaube ich noch keiner von uns so richtig gemacht. Drumrum um die ganze Bühne sitzen Leute. Ich finde das spitzenmäßig, aber wird natürlich eine Herausforderung. Erstens daran zu denken, dass man an alle Seiten denkt. Dann auch das Gefühl, dass man mal Publikum im Rücken hat. Das kenne ich sonst eigentlich auch überhaupt nicht. Das kommt noch erschwerend mit hinzu. Aber ich glaube, dass es einfach eine ganz coole Erfahrung werden kann. Ich kann es meistens genießen, wenn es wirklich losgegangen ist. Ich glaube so, wenn das erste Stück gespielt ist, man so ein bisschen ein Gefühl fürs Publikum hat. Ich glaube, dann geht der genusslos. Die anderen sind Oliver Albrecht am Klavier, Daniel Otte am Bass und Felix Reus an den Drums. Und das ist die Band. Das ist die Band. Robert Albrecht und ich ganz oft schon zusammen musikalisch gearbeitet haben. Auch ganz viel fürs Fritz Theater für Stücke, die wir hier gemacht haben. Und wir dachten irgendwann, wir wollen auch so gerne mal unsere Lieblingssongs präsentieren. Und deswegen würde ich mal sagen, dass Olli und ich so ein bisschen der Kern sind. Und dann aber zum Glück Felix und Daniel dazu gekommen sind. Wir hoffen natürlich, dass es keine einmalige Sache bleibt. Und Olli und ich haben auch schon so ein paar Sachen, die wir machen. Ich bin gesponnen. Mal schauen, wohin die Reise geht. Vielen, 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 vielen Dank!